Da ist ja schön in die Kimme reingelaufen. Kimme? Meine Kose, meine eklaren Schuhe. Da ist ein Schmuck. Ach, hör doch auf, die sind flitschnass. Ja, du das wollen ja nicht. Ach, du filmst, ja? Ja, klar. Ach so. Ach so. Jetzt weiß ich noch nicht. Oh, 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 oh. Das ist immer noch ganz laut, gell? Richtig? Können wir überhaupten? Ja. Dachzeltaufbau mit einem geilen, wirklich sehr geilen Ausblick. Da vorne, schon aufgebaut. Hier dauert es noch ein bisschen, aber ist auch gleich soweit. Ich dachte gerade, ey. Das hätte dir also angehört, als wärst du runtergerutscht, ey. Ach, puh, Alter. Er schreit doch mal nicht so. Achtung. Wo? Wo? Wie er was kann man jetzt drehen, Alter. Er raus ist ruhig da. Du drückst doch einen Teil deines Lebens an. Muss ich das nehmen? Warte. Warte. Ich brauche hier oben nichts mehr. Ach so, okay. Und jetzt einfach ziehen? Ja, einfach drehen, drücken. Ja. Und ziehen? Und jetzt ziehen. Okay. Erster Ansatz steht. Da rein, oder? Ja. Da rein, oder? Da rein, oder? Da rein, oder ganz purgen. Ich Nederlandse malen- ich schade keine sind. aliQue, die 3. Ja, hier in den Ecken. Da muss es erst an, geben wir mal eine. Einfacher ist erst oben. Ja, die Leiste geht ab. Immer. Immer. Wo ist denn hier das Loch? Ja, hier außen. Ziemlich weit. Ich muss es mir bieten, glaube ich. Und da steht es. Alter, zieht euch das rein. So ein Ausblick. Geil.